Okay, herzlich willkommen zurück. Heute geht es natürlich um mehr modernes C++ und ja, heute wollen wir ein Problem angehen, was in Java, C++ etc. häufig mal so ein bisschen, warum geht das nicht ist, weil man sich im Endeffekt wirklich dafür teilweise extra Klassen schreiben musste, denn es geht um mehrere Rückgabewerte von Funktionen. Das heißt, wir haben hier eine Funktion foo und wenn wir diese Funktion foo hier haben, dann mussten wir irgendwie immer schreiben, das Ding gibt ein int zurück zum Beispiel und dann könnten wir hier return42 machen. So, Problem ist, wenn wir zwei Sachen zurückgeben wollen, weil wir zum Beispiel mehrere Berechnungen haben, dann müssen wir hier tatsächlich in ganz klassischem C++ eine Klasse erstellen, die uns diese Werte kapselt. Die dann eben mehrere Werte, wie zum Beispiel in den int und einen String und noch einen String irgendwie in eine Klasse kapselt und dann ist es halt diese Data Class, die wir zurückgeben. So, und das ist natürlich wirklich unangenehm. Da geht es natürlich auch sehr viel schneller, denn wir wollen zum Beispiel nicht immer eine Klasse machen. Fun Fact, genau das, was wir jetzt hier gleich klären, im Hintergrund entsteht tatsächlich eigentlich eine separate Klasse, aber das macht C++ alles für uns und es ist zu Tode durchoptimiert. Denn, was wir heute kennenlernen wollen, sind Tupel. Ja, Tupel sind natürlich nicht nur dafür gut, aber hauptsächlich dafür, denn das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ihr könnt sie inkludieren, indem ihr einfach Hashtag Include Tupel macht und ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit einfach wirklich hier, also Achtung, std...tuple ist eigentlich das, wie man schreiben würde, aber wir brauchen kein std, weil wir hier using namespace std gemacht haben. Und wir sagen hier Tupel und in diese eckigen Klammern kommt jetzt wieder mal, was für Typen wir eigentlich haben wollen. Und ihr merkt vielleicht, ich führe euch so allmählich an diese ganze Template-Sache rein, okay? An die Generics, an alles Mögliche, da werdet ihr so langsam ein bisschen rangeführt auch. Und ja, was wir hier angeben, ist im Endeffekt das, was wir am Ende dann auch zurückgeben müssen. Also wir müssen quasi angeben, was wir hier für Typen haben. Übrigens, das Ganze funktioniert erst komplett wirklich ab C++17. Davor ist es halt nur so eine halbe Lösung, aber ich nehme an, die meisten werden wahrscheinlich hier C++17 oder sogar 20 haben. Das heißt, da kann man das durchaus machen. Okay, also wir wollen zurückgeben, was habe ich vorhin gesagt? Int, ein String und noch ein String, glaube ich, haben wir gesagt. Und ja, übrigens bei String müsst ihr auch std...theoretisch davor schreiben, falls es bei euch nicht ganz funktioniert. So, was wir hier jetzt zurückgeben, ist einfach ein Tupel. Das heißt, wir machen hier einen MakeTupel und geben hier rein 42, 1337 als String, weil wir wie gesagt eine String haben und Hallo Welt. Das sind so ziemlich die typischsten Strings, die man sich so vorstellen kann, würde ich mal behaupten. Wahrscheinlich eher Fu und Bar, aber egal, wir benutzen hier immer 1337. Okay, so und jetzt, wie benutze ich das ganze Ding? Jetzt müssen wir uns tatsächlich ein bisschen kurz überlegen, was wir hier oder wie wir diese Werte bekommen. Also ich meine, wir kriegen hier zum Beispiel Auto X ist gleich Fu. So, jetzt natürlich die Frage, die große Preisfrage, wie zur Hölle kriegen wir die einzelnen Werte wieder aus unserem X raus? Und ich will euch das ganz kurz zeigen. Cout, ähm, wir machen einfach mal CoutX. So, und ja, jetzt sehen wir schon hier, das wird nicht ganz so funktionieren, wie wir uns das vorhaben. Kein Type namens Struct std enable if false bla bla bla. Basic, Ostream, irgendwas anderes. So, ähm, das wird also so nicht funktionieren. Wir müssen irgendwie auf unsere Werte zugreifen. Das können wir hier tatsächlich, ähm, so nicht ohne weiteres auslesen. Wir können aber folgendes machen. Und zwar einfach hier von Null. Das will ich mal ganz kurz demonstrieren. Da passiert dann folgendes. Wir kriegen hier auch keine Möglichkeit, das auszulesen. Das heißt, es ist nicht ganz so einfach, das wirklich wieder zu machen. Denn was wir jetzt eigentlich brauchen, ist, wir brauchen, ähm, naja, im Endeffekt Argument Unpacking. Und Argument Unpacking übrigens, natürlich funktionieren Tuple auch, Tuple, genau. Tuple auch als Parameter für Funktionen oder Klassen. Das ist kein Thema. Aber, was man normalerweise macht, in Kombination mit diesem Auto vorne dran, ist folgendes. Wir geben hier direkt an, hey, da kommen drei Werte raus. Nämlich einmal X, einmal Y und einmal Z. Und jetzt kann ich hier direkt mein X ausgeben. Und X, naja, ist im Endeffekt dann das Erste, was hier in meinem Tuple rauskommt. Das heißt, X ist dann natürlich meine 42. Und Y, ich mach jetzt mal hier kurz alle, ähm, so. Und Y ist, äh, ja, da fehlt noch das Y. Und das Z selbstverständlich auch noch. So. Und im Endeffekt, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe irgendwas vergessen. Natürlich habe ich was vergessen. So. So. Und hier sehen wir jetzt, okay, X ist offensichtlich mein erster Wert vom Tuple. Y ist mein zweiter Wert vom Tuple, wobei man hier nicht wirklich den Unterschied sieht zwischen String und Int. Macht aber keinen Unterschied hier. Und Hallo Welt ist dann natürlich mein drittes Element vom Tuple. Und mit Auto wird hier quasi der Typ automatisch aufgelöst für alle drei Typen. Und das ist schon ziemlich komfortabel, muss man einfach mal so sagen. So. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi automatisch rausgefunden, das Ding ist ein Int, das ist ein String, das ist ein String und das Ganze zusammen ist ein Tuple. Aber ich unpacke sie automatisch wieder. Und, äh, ja, das ist so ziemlich das Angenehmste, wie man es machen kann. So würde ich auch tatsächlich empfehlen, mit den Dingern umzugehen. Ähm, als Parameter sieht das Ganze jetzt ein kleines bisschen anders aus. Wenn wir hier ein Parameter mit übergeben wollen, müssen wir natürlich auch erstmal angeben, was wir da für ein Typ drin haben. Und ja, ich weiß natürlich, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Dazu kommen wir aber auch noch mit den Templates und so weiter. Ähm, aber ja, wir wollen hier jetzt einfach mal ein Int Double Tuple haben. Int, Double. Und ja, jetzt haben wir ein Problem. Wir können hier nicht A, B schreiben. Das geht so nicht. Ähm, sondern wir müssen das Ganze in einen Parameter schreiben. Also zum Beispiel in mein, ähm, in mein Test Tuple, beziehungsweise in mein, in mein Foo Tuple. Ja, das können wir so schreiben. Und ja, wie bekommen wir jetzt hier unsere Werte raus? Falls wir einfach mal so ein Tuple quasi in unserer Hand haben. Ähm, wenn wir das hier aufrufen, machen wir natürlich ja auch ein Make Tuple rein. Make Tuple. Und, ähm, hier kommt, was haben wir gesagt? 42 und 1333,7 rein. So, und wir wollen jetzt hier irgendwie Cout, A und Cout, äh, quasi einen Strich dazwischen. Ähm, und dann ein, äh, B machen. Wobei A und B natürlich die beiden Komponenten in unserem, ähm, in unserem Tuple sind. Also 42 und 1337. Wie kommen wir jetzt an diese Werte? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Ähm, und hätten wir natürlich hier unten auch schon machen können. Aber wir können genau dasselbe machen. Also wir haben hier quasi ein Tuple, ein Parameter, in dem mehrere Werte eben drin sind. Und wir wissen, es sind zwei Werte. Okay? Das heißt, wir packen da quasi zwei Werte aus. Also sagen wir hier Auto, A, B, sozusagen wie ein, äh, wie eine Liste oder wie ein Array geschrieben. So ein bisschen. Ähm, und ja, ist gleich Foo Tuple. So. Und damit macht das automatisch euer Unpacking für euch. Und ja, da müsst ihr quasi gar nichts mehr machen. Jetzt könnt ihr hier einfach auf Go drücken. Und das macht das für alles, alles für euch. Und das ist im Endeffekt die Kunst, wie man Tuple verwenden kann. Ähm, wo es jetzt natürlich ein bisschen, ähm, unschön wird, ist, wenn man hier natürlich variable Anzahlen an Parametern hat. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, ey, hier ist nicht, ähm, nicht nur ein oder zwei, sondern halt viele beliebige, ähm, Werte drin. Also hier zum Beispiel int und dann double und dann halt 50 andere noch. Eventuell, aber vielleicht auch nur zwei. Dann habe ich hier eine Variable Größe von meinem Tuple. Das geht schon. Aber es ist umständlich. Und ich persönlich empfehle dann eher einen Vektor, beziehungsweise was anderes in die Richtung. Aber ja, manchmal braucht man eben sowas in die Richtung auch. So, gut, ähm, wie das aber funktioniert, dazu müssen wir erst noch ein bisschen mehr in Templates etc. einsteigen. Und das ist dann ein Thema für ein späteres Video. Aber so, wie wir das jetzt haben, sind eigentlich Tuples ganz geil. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.